Die ESCOM ist in der größten Finanzdienstleistergruppe Europas unter anderem verantwortlich für die Webpräsenzen der Sparkassen und das zentrale Portal sparkasse.de. Gemeinsam mit dem Dachverband DSGV für die bundesweite gemeinsame Sparkassenkommunikation inklusive der TV-Kampagnen und dem Newsroom der Sparkassenfinanzgruppe für automatisierte Ansprachlösungen und Performance-Kampagnen für den Sparkassen-Chatbot, zahlreiche Near-Banking-Lösungen und viele weitere Themen. Das Unternehmen ist Teil des Konzerns DSV-Gruppe Deutscher Sparkassenverlag. Tobias, schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Sehr gut, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit nimmst für unser Interview und dann starten wir mal, denn ich möchte dich gerne etwas näher kennenlernen. Erzähl mal kurz, wer bist du und was macht ihr mit der S-Communication? Also die S-Communication-Service ist sowas wie der zentrale Dienstleister für Kommunikation und Digitalisierung für die Sparkassenfinanzgruppe. Meinst du allererst natürlich die Sparkassen, dann aber auch die Verbundpartner wie Deka oder Provinzial, die Versicherer, die Verbände und die Landesbanken. Also eine sehr, sehr große Gruppe. Was machen wir? Wir bringen im Prinzip die Kunden und die Sparkassen zusammen und das immer mit dem Fokus auf nachhaltigen Geschäftserfolg für die Sparkassen. Also wenn du so willst, B2B to C. Und was mache ich da in der Geschäftsführung und leite das Unternehmen? So leicht lasse ich da nicht von kommen. Ein Unternehmen wird immer von Menschen gemacht und wir möchten dich natürlich auch etwas näher kennenlernen. Du bist ein Hamburger Jung, wenn man das so sagen kann und hast deine ersten Schritte in der spannenden Kreativwelt der Werbung gemacht. Du bist Vollblut-Marketeer, hast du mir erzählt, als wir unser Vorgespräch hatten. Und du hast einen sehr, sehr starken Fokus auf die ganzen Kommunikationsthemen. Ich finde, das hört sich super spannend an. Ich weiß, du hast super viel gemacht in deinem Leben, aber vielleicht kriegst du es hin, mir deine Highlights, deine beruflichen Highlights einmal kurz zu erzählen, so in vielleicht zwei, drei Minuten. Ich wollte sagen, wie lange haben wir Zeit? Aber das mache ich gerne. Also erst mal vorab, ich bin leider kein gebürtiger Hamburger Jungen, aber ich bin gefühlter Hamburger Jungen, bin da groß geworden und natürlich auch die Raute im Herz und Mitglied beim HSV. Also das passt schon alles. Ansonsten zu den Highlights. Das erste Highlight war natürlich auch in Hamburg, wie sich das gehört. Nach meiner Lernagentur habe ich bei zum Goldenen Hirschen angefangen. Und die waren damals knapp ein Jahr alt. Ich habe die kennengelernt, die Jungs damals aus der Zeitschrift MEX. Ich weiß nicht, ob sie das noch was sagt. Und da die Rubrik Campanieros, wo die vorgestellt wurden. Ich fand deren Blick auf Werbung im Allgemeinen einfach so fantastisch und so anders als alles, was bisher da war. Und das zweite Highlight war tatsächlich schon in Berlin. Damals war ich Marketingverantwortlicher bei ebay und mobile.de und dafür die Automotive-Brands zuständig. Das war damals, muss man sagen, sehr, sehr lange her. Aber ich glaube, eBay war damals weltweit eines der führenden Internetunternehmen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Damals aber unfassbar viele schlaue Köpfe da gearbeitet. Und von daher war das für mich eine tolle, inspirierende Zeit. Also er hat einfach wahnsinnig viel gelernt. Es war sehr motivierend und man musste auch immer on point sein, weil, wie gesagt, so viele gute Leute, da konnte man da nicht locker lassen. Ich habe das sehr genossen. Du hast mal gesagt, dass du ursprünglich eigentlich nie wieder einen Fuß in Corporate reinsetzen wolltest. Habe ich das gesagt? Das hast du mal gesagt. Also so auf der kreativen Agenturseite alles super, aber so richtig Unternehmen eigentlich nicht. Wie hat dich denn die Sparkassen-Finanzgruppe letztendlich überzeugt, diesen Weg aufzugeben und dann doch dorthin zu gehen? Also wir haben dich überzeugt, offengesprochen der klassische Weg. Ein Headhunter hat mich angesprochen. Das war nicht ganz ungeplant. Bei dem habe ich schon gesagt, ich würde ganz gerne in drei Branchen, also erstmal auf Unternehmensseite wieder wechseln und dann in drei Branchen entweder Energie, Automotive oder Finanzen. Vom Finanzen hatte ich ehrlicherweise am wenigsten Ahnung. Das ist dann geworden. Wie hat man da so Sinn? Die haben mich dann überzeugt und es war ja das Angebot sozusagen, so ein bisschen zwischen Agenturwelt und Unternehmenswelt zu landen. Also schon die Sicherheit eines Unternehmens zu haben, gleichzeitig aber auch sozusagen einer digitalen Transformation mitarbeiten zu können und etwas agiler unterwegs zu sein. Und das war es am Ende dann ausschlaggebender Punkt. Schön. Tobias, wenn man dich so erlebt im Interview oder auch im Vorgespräch, merkt man, du bist schon sehr eloquent, offen. Du bist da, du bist präsent. Du bist auch ein bisschen wild, ja, mit deinen Anzügen oder mit dem alten Forscher bei Daimler einzufahren. Würdest du sagen, dass du mit diesem Freigeist, den du hast, das Unternehmen, die es kommt, auch ein bisschen geformt hast in den letzten Jahren? Also glaube ich mir, ähnlich wie bei Daimler auch bei den Sparkassen, war ich am Anfang ein bisschen der bunte Hund. Also die mussten sich auch etwas daran gewöhnen. Die haben wahrscheinlich gedacht, ich hatte noch einen Geschäftsführungspartner, mit dem ich das Unternehmen leite. Der kommt aus der ganzen Sparkassenwelt seit 30 Jahren. Also ich glaube, die Idee war einfach, wir stecken so einen Verrückten, der sich mit Digitalisierung auskennt und wie man so Produkte an den Start bringt, zusammen mit einem, der die ganze Gruppe kennt und schauen wir, ob das funktioniert. Hat schon gut, sehr gut funktioniert. Der hat die gleiche Frisur und einen ähnlichen Humor und deswegen hat das ganz gut funktioniert. Also von daher, ja, wie gesagt, ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich das bereue. Ist ein wahnsinnig spannendes Umfeld. Du musst jeden Tag eigentlich, also wir sind ja kein Tanker. Also ich würde sagen, die Sparkassenfinanzgruppe ist schon Tanker. Wir haben über 40 Millionen Kunden. Also von daher, das ist fett. Aber wir sind ja eher so das kleine Beiboot. Also diese kleine Schnellboot, was rausfährt vom Tanker aus, irgendwie Inseln erkundet, auf die Insel geht, guckt, ob es aber was nach, das zum Essen geht, Früchte wieder mitbringt und halt vorher gecheckt hat, wo sich das lohnt. Da sage ich mal anzuhalten bzw. ob man da leben kann oder nicht. Und das finde ich schon immer toll. Man kann wieder zurück zum Tanker. Ist da in Sicherheit sozusagen, aber ist halt auch gezwungen. Und so sehen wir uns ja auch. Wir sind in der Gruppe, würde ich sagen, ein bisschen der Unternehmer und Innovativbetreiber per Definition. Und das ist das, was es für mich auch nach wie vor so spannend macht. Sag mal, welche Rolle spielt heutzutage und ganz besonders bei der Eskom das Online und Performance Marketing? Immer noch eine sehr, sehr große. Jetzt muss ich dazu sagen, bei uns ist es immer das Zusammenspiel Marke und Performance Marketing. Wir glauben, dass das, also wenn man es richtig einsetzt und aufeinander abstimmt, dann eine ideale Mischung ist, um, wir nennen das medialer Vertrieb, also für die Sparkassen auf den Kanälen das meiste zu erreichen. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, also ja, immer noch ein wichtiger Bestandteil, aber Custom Experience, UX, Data, Technologie, alles darum, ist mittlerweile mindestens genauso wichtig. Aber das sind Sachen, wo wir rein investieren. Und wenn du mal an KI denkst, sind das so die Themen, mit denen wir uns natürlich jetzt massiv beschäftigen bzw. beschäftigen müssen. Jetzt hast du uns so ein bisschen abgeholt in den Status Quo. Wie siehst du denn so die strategische Ausrichtung der Eskom in den nächsten zehn Jahren? Und ich glaube, das ist schon eine relativ weite Zeitspanne. Ich bin auch noch Hellseher, keine Ahnung. Schwierige Frage. Also wir werden immer diejenigen bleiben, die digitale Produkte, Service und für Kommunikation da sind. Das heißt, wir werden immer das machen, was ich beschrieben habe, gucken, was gibt es da draußen gerade, das versuchen einzuwerten, dann umzusetzen und da Lösungen an den Start zu bringen. Also wenn du mir jetzt heute fragst, vielleicht so zwei, drei Jahre vorausgeguckt, dann würde ich mir sehr wünschen, wenn wir der KI-Experte in der Gruppe, also in der Sparkassen-Finanzgruppe werden würden, werden sich einige mit beschäftigen. Aber das wäre so mein persönlicher Wunsch, weil ich es ein wahnsinnig spannendes Thema finde und man merkt es ja jetzt schon, verändert vieles, nicht alles, aber vieles. Und deswegen, ja. So wie du hast, zwei Hobbys. Eins finde ich mega, das andere finde ich ganz schön tough. Lass uns erstmal über das eine sprechen. Du bist leidenschaftlicher Koch. Wir schnappen jetzt gleich das ganze Team, wir fahren zu dir nach Hause, setzen uns irgendwo gemütlich hin. Mit was überrascht du uns an kulinarischen Köstlichkeiten, wenn du fertig bist mit Kredenzen? Ich würde dir mein Signature-Dish kochen, das ist Thunfischsteak, in der Hoffnung, dass du das magst, ganz leicht angegrillt, Latschpinat dazu mit einer süßen Soße und eine hausgemachte Mayonnaise. Okay, wir rappen, wir sind fertig. Und dann als Nachtisch, weil ich nämlich mit 14 angefangen habe zu kochen, auch etwas untypisch zu dem Zeitpunkt irgendwie, und das erste Nachtisch, weil ich so ein Dessertfreak bin, den ich gekocht habe oder gemacht habe, war Mousse au Chocolat. Und ich behaupte von mir, ich bin weltweit der beste Mousse au Chocolat-Macher, sagen wir europaweit. Und von da würdest du als Nachtisch natürlich Mousse au Chocolat bekommen von mir. Fantastisch, ich habe noch nichts gegessen heute. Hobby Nummer zwei, Mu-Thai-Boxen. Ich habe mich mal so ein bisschen damit beschäftigt. Das ist ja so mit, wenn man über Boxen spricht, die ganz fiese Sorte. Wie bist du dazu gekommen und hast du nicht Angst, dass du dir irgendwann mal so einen linken Haken einfängst? Da geht es dir schon echt krass her. Also ich habe früher mit Tennis angefangen, das relativ intensiv gespielt und dann aber schon vor Jahrzehnten mit Kampfsport angefangen. Nicht immer Mu-Thai, sondern Kickboxen, Kung-Fu und Ähnliches. Aber erstmal für dich, nein, das ist kein fieser Sport. Ich gebe zu, man kann sich da mal eine einfangen, also das durchaus. Und bei Mu-Thai ist es tatsächlich so, es ist mehr oder minder fast alles erlaubt. Also ja, allerdings die Zeiten, wo ich im Ring stand und mit viel Herzblut irgendwie gekämpft habe, die ist lange vorbei, macht man nicht mehr in dem Alter, weil viel zu gefährlich. Also Sparring und Fitness sozusagen, dafür mache ich das noch. Aber nochmal, es ist gar nicht fies. Denn ehrlicherweise, Kampfsport ist eigentlich sind das die ehrlichsten Sportarten. Und ich kenne, ich habe ein paar Sportarten gemacht. Ich kenne keinen Sport, wo du so viel Respekt und Achtung vor deinem Gegner hast, weil du halt weißt, du klopfst dir hier auf die Nüsse sozusagen. Und da geht es zur Sache und da kann auch was passieren. Von daher allein diese Überwindung zu machen, zollt dir schon mal Respekt, dass der andere das macht und du in den Ring gemeinsam steigst. Also ehrlicherweise, man versteht sich besser als in vielen anderen Sportarten, auch wenn man gegeneinander kämpft. Also nix fies, ist was Gutes. Okay, gut. Sophia, letzte Frage. Wer oder was inspiriert dich im Alltag? Das wirst du jetzt nicht gerne hören, aber ich habe keinen, wie sagen, jemand, dem ich nacheifere oder wo ich immer sage, oh Mensch, der ist das. Also keine Elon Musk, keine von diesen Personen. Für mich sind es tatsächlich immer Leute, die nicht aus meiner Branche jetzt kommen. Damit mache ich natürlich jetzt vor allem mal Finanzen, aber auch Kommunikation. Also irgendjemand, der was ganz anderes macht, einfach schlaue Köpfe, die andere Sichten mit reinbringen. Und ich liebe es, diese Leute zusammenzubringen und aus diesen unterschiedlichsten Personen dann was entstehen zu lassen. Das muss ich immer für mich gut sein oder für die Firma, sondern das mag auch einfach mal für die gut sein, einfach eine gute Zeit haben. Aber das inspiriert mich, ehrlich gesagt, am meisten schlaue Köpfe, die einfach tolle Meinungen haben, anderen Blickwinkel, viel erlebt haben. Das ist eigentlich das, was mich am meisten inspiriert. Wenn ich jetzt nach innen gucke, in die Firma, dann immer noch, wenn Teamwork funktioniert und man das spürt, finde ich einfach immer das Beste. Also ich muss jetzt nicht das geilste Produkt machen oder sonst was, sondern einfach, wenn du merkst, da funktioniert was ziemlich gut. Das würde ich sagen, ist noch so intern. Ansonsten bringe ich, glaube ich, immer in alle die Unternehmen, wo ich war oder Agenturen, glaube ich, viel Energie, Begeisterungsfähigkeit und Neugierde mit. Und ich glaube, eine Sache hat noch keiner über mich gesagt und würde es auch nie sagen. Es hat noch keiner gesagt, dass ich nicht authentisch wäre. Das ist ja auch was, was mittlerweile eine Art wert ist, glaube ich, wenn man das sagen darf. Das kann ich so unterschreiben. Tobias, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das sehr, sehr coole und kurzweilige Interview. Und ich würde jetzt auf die Mousse Chocolatso trennen. Sehr gerne. Gut. Danke.